die Feuerwache rein. Nein warte, hallo liebe YouTuber. Hallo schön. Alter, komm her, ich hab noch mehr Salinkids. Okay. Jedenfalls hast du das doch auf der Aufnahme drauf, wie wir den abgeknallt haben, ne? Ja, natürlich hab ich das drauf. Sauber, also der Server ist abgekackt, die Leiche ist leider verschwunden. Ja, deswegen konnten wir nicht alles mitnehmen, aber das meiste war eh alles ruiniert. Ja, ja, und der D-Fat hat auf jeden Fall noch ein bisschen Munition für meine, äh, gerettet, sodass ich jetzt 54 Schüsse habe. Dann konnte ich außerdem noch, äh, da ist es, nimm's dir. Ah, okay. Dann konnte ich außerdem noch hier das hier mitnehmen, die Box. Okay, warte. Leg dich da mal wieder hin. Mhm. Es gibt der Philipp mir hier noch etwas... Saline, und dann lass uns nochmal in die Feuerwehrwache und... Wenn das jetzt nicht besser wird, ich hab noch mehr Saline, dann gibst du mir das auch noch. Ja, ja. Dann gibst du mir das nochmal in die Feuerwehrwache und in dieses Teil da hinten ran, dann verschwinden wir wirklich. Hey, Junge, warum wird das nicht besser? Hey, ich stehe, das ist gegeben. Ja, Junge, das braucht sicher etwas. Und hier. Ich geb dir noch... Ich geb dir noch mal, ne? Hey, ja, okay. Ich hab doch gesagt, ich geb dir noch mal. Hier, liegt da jetzt. Irgendwo gleich. Hammer, wie wir jetzt ausgestattet sind. Keine Angst, ich esse jetzt grad was. Da ist jemand was. Junge. Hauptsache, der so, don't shoot me, don't shoot me. Irgendwie, und schoße, eiskalt. Boom. Ja, Junge, ich hab erst ein paar Mal daneben geschossen. Weil ich mich voll erschreckt habe. Ich hätte dem auch... Liegt da jetzt, liegt da. Okay, ich hätte dem auch notfalls in den Kopf geschossen. Aber der hat seine Waffe nicht rausgezogen. Der hat nur geflucht. Deswegen... War ich mir sicher. Hey, leg dich hin, ich geb dir das. Bisschen tut der arme Kerl mir jetzt zwar jetzt auch leid, aber egal. So ist halt Daisy, wenn man damit nicht klarkommt. Junge, wie wir die ganzen Leute am Abknallen sind. Jawohl. Wie wir uns darüber aufregen würden. Aber mir bringt das Salin nichts, warum weiß ich auch nicht. Gerade eben hast du was gebracht. Egal, vielleicht brauch das nur ein bisschen. Okay, komm. Vielleicht ist das doch... Vielleicht hätten wir das nochmal auf das IV Start-Kit ziehen müssen. Aber komischerweise, normalerweise hätten wir das drauf, hätten ziehen müssen. Da hätte der das gar nicht benutzt, deswegen. Kommst du? Ja, warte, ich bin hier gerade noch was am Sortieren. Ich ziehe gerade auf die Feuerwehr, Wachebauer. Gott sei Dank habe ich den Typen gesehen. So, okay, ich komme, ne? Ja, mit dem Visier muss man ein bisschen nach oben zielen, ne? Klappt das jetzt? Was? Nein, zoomen immer noch nicht. Egal, ich kann trotzdem besser zielen. Okay, warte, ich gucke. Ich decke die Laufbahn, da ist nur ein Zombie. Hatte ich gerade eben schon gesehen. Okay, ich ranne jetzt rüber. Da links sehe ich auch niemanden. Warte, geh du in die Feuerwehrwache, ich gehe in dieses Haus. Ich frage mich, ob das derselbe war wie auf der Feuerwehrwache. Und dann lass hinten abhauen, also nach hinten laufen. Dort in dieses Militärzeltlager reingehen. Da nochmal gucken. Ich weiß nicht wirklich, ne? Aber dann zusammen, doch, Junge. Und wir gehen dann nicht hier auf der Startbahn, sondern wir gehen etwas weiter abseits. Weiter. Mh, ne Magnum! Hammer! Jetzt hast du auch Revolver. Kannst du mir gleich Muni für geben? Nö. Leck mich. Ja, mach ich schon, ja. Junge, steht mitten auf der Treppe, auf einmal ein... ein, äh, Feuerlösch. Ich dachte, da liegt ein toter Typ. Hier kommt gleich ein Zombie. Alter, ich sehe kaum was. Alles so verkackt grau. Ah, da kommt der Zombie. Und der ist durch die Tür gelötscht, und jetzt ist er auf dem Brunnen. Jawohl, ich habe Munition gefunden für den Revolver sogar. Hammer, dann brauche ich dir ja nichts mehr zu geben. Doch. Ich habe einen Salinkit gefunden. Klar musst du mir das geben. Mh. Ich habe einen Salinkit gefunden, hast du gehört? Ja. Was ist das? Munition! Jetzt kann ich meine alte Knarre eigentlich weglegen, oder? Ne, ich behalte die. Nein, ich habe nochmal 20 Schüsse für mich. Nice. Junge, jetzt habe ich 74 Schüsse. Richtig Hammer. Was liegt hier rum? Junge, ist das zu duft, die Magnum zu wechseln. Nochmal Munition. Und hier seht ihr sie? Die Magnum. Oh, nice. Mit Speedloader habe ich sie ja schon. Hammer. Volle Paket. Ich hatte doch mal eins gefunden, was du erst haben wolltest, du Sack. Ach ja, stimmt. Du kannst mir das jetzt ja auch geben. Was? Tschu. Junge, was für Schürr bist du bekloppt. Jawohl, noch ein bisschen Thunfisch. Und was ist das? Ein Salinkit, das kein Schwein braucht. Hammer, ich habe auch eine Magnum gefunden. Echt? Warte, die hier ist Pristine, ist dein auch Pristine? Ähm, ja. Okay, dann ist das egal. Junge, jetzt habe ich auch noch mehr mit Muni 20 Stück dazu gefunden, direkt, ey. Wo ist der scheiß Zombie? Komm her. Alter. Steht der auf einmal, packt der durch die Wand durch. Willst du mich verarschen? Die baggen immer durch solche Sachen durch. Okay, ich habe hier jetzt noch ein anderes T-Shirt gefunden. Okay, ich komme dann jetzt zurück. Alter, ich muss den jetzt hier mit der Axt kalt machen. Geht doch. Hast du gehört? Ich komme jetzt zurück. I.V. Startkit, Bitch. Jawohl, jetzt kannst du mir das auf jeden Fall geben. Ja, Mann. Komm in die Feuerwehrwache, ich schalte da die Stellung. Okay, deck mich, die Straße runter. Ich weiß nicht, ich soll mich zu der Militärbasis laufen, das bringt doch nichts. Doch, Junge, da finden wir vielleicht auch was. Ein Zombie ist hinter mir her. Ach du, ich komme jetzt. Bist du das da hinten? Nein. Nee, das ist ein Zombie. Halt schon mal die Axt bereit, ich komme jetzt gleich durch den Eingang, nicht erschrecken, ja? Ja, ich stehe direkt am Eingang, also ordentlich erschreckend. Jo, da haben wir eine Feuerwehrwache. Das ist auch noch nur ein Zombie. Okay, ich bin jetzt gleich da, jede Sekunde. Du musst jetzt meine Schritte eigentlich schon hören. Ich bin da. Da kommt jetzt ein Zombie. Ich schnapp ihn dir. Ich seh den nicht, der kommt doch gar nicht. So ein Small Protectors Cave. Da kommt der, da kommt der. Mach! Alter, der tötet den nicht. Der verfolgt jetzt nicht. Warte, ich nehme mir auch die Axt. Ich schnapp mir den. Jetzt ist er tot. Na, bitte. Okay, jetzt... Oh, man, der Feuerwehrwache warst du schon, ne? Ja, komm wieder runter. Alter, bleib hier. Ich wollte nur gucken, was da ist. Gib mir das Salin weg. Warte, ich mach das nochmal mit dem IV Start Kit. Du musst das Salin weg auf das IV Start Kit ziehen, ne? Ich weiß, ich mach das, ja. Da steht der Create oder sowas. Ja. Warte. Ich muss hier ein bisschen Platz dafür schaffen, so. Zack. Warte. Hä? Da kommt nichts, wenn ich das draufziehe. Alter, leg mir das einfach mal dahin. Okay, ich schmeiß es jetzt raus. Mit dem Salin weg, ne? Ja. Dann schmeiß ich den jetzt auch gerade mal raus. Ich deck so lange. Jo. Ich geh hoch zur Feuerwehrwache und deck uns von da. So, das Start Kit liegt da und da ist der Liebberg. Von hier oben kann ich aber auch niemanden sehen. Ja, endlich mal ist der Pilotenhändler weg. Da liegt jetzt so ein Barrett. Ich sehe aber auch niemanden. Das ist immer noch der Zombie. Geht irgendwie nicht. Ich nehm das Start Kit aber mal selbst. Hier, dann gib mir das Salin weg einfach. Ja, ja. Ich komm jetzt wieder runter. Das Start Kit nehm ich jetzt mal. Ich weiß nicht, soll ich mal ne normale Knarre noch mitnehmen? Ich hab mega viel Munition für die. Nein Junge, lass die da. Die Magnum ist sowas von besser. Vor allem ohne Magazin. Ja, aber wenn ich ein Magazin fülle, Alter. Ich hab mindestens 120 Schuss mit der oder so. Hm. Dann hätte ich wieder vier Slots mehr frei. Das wär echt gut. Warte, hier ist auch noch Munition. Wo? Ah, es ist für deine. Ich werf die hier raus. 20 Schuss. Da, wo ich stehe. Rechts verliere. Übrigens, das More Protector Case würde ich mal an deiner Stelle mitnehmen, ne? Ja? Ja, da kannst du ganz viel Nahrung und sowas rein tun. Okay, warte. Okay, hab ich jetzt dabei. Wo hast du denn jetzt meine Munition hier hingeworfen? Junge, drück mich dann da und die Taske da. Ja, Junge, weil darüber, genau darüber ist das Inventarzeichen. Da komm ich jetzt auf. Ja, die müsste gleich auftauchen. Warte da einfach kurz. Ah, hier ist sie. Ja, ich sehe das Saline Beck. Ich nehme das jetzt mal mit. Okay, warte, dann ziehe ich das ganze Essen. Das More Protector-Austal. Moment. Zack. Ich habe ja so eine Waffenbox übrigens, ne? Ja? Gib mir mal bitte Munition für den Revolver. Warte nochmal kurz. Ich ziehe nochmal ein paar Sachen in diese Box rein. Ah, okay, kann ich nicht mehr. Okay, warte, ich gebe dir jetzt Munition. Deck mich so lange. Hier, 15 Schüsse fallen jetzt da raus. Das jetzt kommt noch nichts. Ja, ja, ist gleich da. Junge. Junge, was? Wie du die ganze Zeit an die scheiß Taste kommst. Da ist sie. Die Munition hast du, ne? Ja, warte mal, Alter. Äh... Ich habe gerade jemanden gehört. Sag mal leise. Hm. Hey, du hast doch gar keinen. Da war doch keiner. Ja, ich dachte nur, ich habe da gerade irgendwas gehört. Jetzt musst du mich mal decken. Ich bin ja dabei. Boah, Alter, wie viel Munition ich habe für diese scheiß Handknarre. Ich glaube aber, ich lege die weg. Soll ich die weglegen? Ja, du hast die Magnum. Die ist viel besser. Ja, okay. Dann spare ich nämlich mega viel Platz. Ich lege jetzt die ganze Munition raus, die ich für die gefunden habe, weil das ist mega viel. Mach. Ah, nice. Ah, die Munition ist angekommen. So, die Magnum lege ich dann hier rein. Äh... Ich glaube, das lege ich auch mal weg für die M4, den Scheiß hier. So, ich habe hier mal die Tür zugemacht. Also langsam wird es nämlich weniger, aber mehr im Inventar. Du hast übrigens gesehen, ich habe jetzt ein anderes T-Shirt. Junge, wie viel Munition da rumliegt, Betten ist. Ja, sag ich ja. Das hat mega viel Platz weg. Also, die war zwar alles in der Box, aber trotzdem. Du willst das auch alles kombinieren können, das weißt du? Ja. So wie ich das mache, jetzt so 440er und ein 15er. Lassen wir die einfach mal liegen für den nächsten, der keine Waffe dafür hat, der freut sich. Ja doch, die liegt da genau daneben. Okay, jetzt gib mir das Salim weg, schnell. Mach ich. Warte. Alter, wie das hier alles rumliegt. Ja, ja, einst geil. Ich gebe dir das jetzt. Hammer, na, ist der Dave jetzt auch mal mit einer Magnum. Wir sind mega ausgerüstet. Ich müsste dir das gleich gegeben haben, so. Okay, jetzt lass uns verschwinden. Oder sollen wir noch da hinten in dieses Militärteil reingehen? Wird irgendwie nicht besser. Egal, das braucht ein klein wenig. Nein, das wird normalerweise schlagartig direkt besser. Bleib mal stehen, ich werde mal einen Screenshot machen. Sollen wir jetzt abhauen, dann dieses Militärteilung? Ich würde sagen, abhauen, das müssen wir wieder einmal was ganz sehr viel drin. Ja, okay, dann nehmen wir hier den Hinterausgang. Wir warten, die Folge ist zu Ende. Die Folge ist zu Ende. Ja, ich dachte nur, Krustheit, irgendjemand. Bei mir packte die ganze Zeit mit der Waffe aus. So glücklich ist bei mir. Bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Ciao.